Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um ein neues großes Unterkapitel, um genau zu sein, und zwar um die sogenannten digitalen Signaturen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen weitermachen mit Hash-Funktionen, allerdings habt ihr dann keine Anwendung und ich wurde darum gebeten, dass ich doch möglichst immer die direkte Anwendung gleich mal noch erwähne zumindest und das wäre bei Chameleon-Hash-Funktionen so ein bisschen schwierig geworden. Deswegen machen wir jetzt zuerst digitale Signaturen und währenddessen zeige ich euch dann so Sachen wie Chameleon-Hash-Funktionen und den ganzen Kram. Gut, also fangen wir mal an und zwar bei einer, bisher hatten wir es immer so gemacht, wir wollten eine Nachricht M verschlüsseln, also wir hatten gesagt, ENG von dem Secret Key, äh Quatsch, ENG von dem Public Key und der Nachricht liefert uns das Schiffrat zurück. So, und dieses Schiffrat haben wir dann einfach rüber gesendet und das war dann sozusagen alles, was wir machen wollten. Jetzt wollen wir das Ganze überhaupt nicht mehr verschlüsseln, wir wollen die Nachricht einfach nicht mal anfassen, sondern senden die Nachricht sozusagen direkt rüber. Ähm, das Ding ist, dass man hier normalerweise mal von der Nachricht M redet, aber in Wirklichkeit signiert man das Schiffrat. Also wir signieren eigentlich nicht die Nachricht M, sondern das Schiffrat, das mal ganz am Anfang gesagt, weil sonst könnte man ja einfach die Nachricht lesen. Was ist der Ziel von digitalen Signaturen? Wir wollen feststellen, dass die Nachricht, beziehungsweise auch das Schiffrat, dann je nachdem was wir signieren, wollen wir, ähm, wirklich unverändert haben. Also das, was versendet wird, ist auch tatsächlich das, was ankommt und nichts anderes. Das heißt, irgendein Angreifer, ähm, hat zum Beispiel nicht jetzt irgendwie noch in meine Überweisung von 1000 Euro zwei Nullen hintendran gehängt und er hat jetzt plötzlich irgendwie eine Überweisung von 100.000 Euro, sondern es ist tatsächlich, diese 1000 Euro sind da drin und das ist alles. Ähm, nicht mehr und nicht weniger, also auch 100 Euro gehen nicht. Also es ist wirklich genau das, was ich geschickt habe, kommt auch wirklich an und das Zweite, was wir machen wollen, ist, dass der Absender auch wirklich der ist, der vorgibt zu sein. Also der Angreifer kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, okay, du hast 1000 Euro überwiesen, ich speichere mir mal den Call und führe den einfach noch 100 Mal aus, dann habe ich sogar 100.000 Euro oder sowas überwiesen. Also einfach mehrmals ausführen, das wollen wir auch verhindern und das machen wir mit digitalen Signaturen. Wo kommen die tatsächlich vor? Jedes Mal, wenn ihr eine Website mit HTTPS aufruft, dann habt ihr eine digitale Signatur unterschrieben, beziehungsweise auch der Server hat eine Signatur unterschrieben, sogar eigentlich eher der. Und der Server ist tatsächlich der, für den er sich ausgibt. Das verhindert sozusagen oder teilweise zumindest, ähm, Man-in-the-Middle-Attacks, zum Beispiel mit, also zumindest wenn ihr es dann tatsächlich bei euch überprüft, manche Browser tun das, manche tun es nicht, aber die meisten machen es mittlerweile eigentlich. Wenn ihr zum Beispiel mit EtherCAP versucht, hier Man-in-the-Middle zu machen und über DNS-Boothing, was ich glaube ich erst vor kurzem gezeigt habe, oder in Kürze zeigen werde, dann wird hier durch HTTPS was verhindert. Und das ist ziemlich cool, das wäre ohne digitale Signaturen nicht möglich gewesen. So, genug gelabert. Wie sieht jetzt so eine Unterschrift aus? Ähm, ja, da hat man nicht mehr hier dieses Verschlüsseln, sondern wie gesagt, ich werde jetzt in Zukunft immer nur noch M signieren, wobei es sich bei M einfach meistens um dieses Schifrat handelt, also nicht um tatsächlich die Klartextnachricht, aber das schreiben wir nicht hin, wir nennen es trotzdem immer M. Okay, wir haben wieder drei Algorithmen, GEN, diesmal SIGN und VERIFY, steht für, also W, V, Y steht für VERIFY, aber da hat man sich gedacht, ist ein bisschen zu lang. Und was wir hier beim Generieren machen, ist, wir bekommen wieder mal ein Public Key und ein Secret Key. Beim Signieren bekommen wir am Ende ein Schifrat Sigma, das, ähm, das nennen wir einfach Schifrat Sigma, weil Signatur, äh, nicht Schifrat, sondern Signatur und Sigma hört sich so ähnlich an, deswegen hat man hier sich für Sigma entschieden. Und, ähm, beim VERIFIZIEREN kommt einfach ein BULGER-Wert raus, also war oder falsch, schreibe ich einfach TF hin, ähm, für TRUE, also es wurde verifiziert, es ist tatsächlich authentisch oder falsch, es konnte nicht verifiziert werden und das ist dann auch wirklich alles. So, ey, mach mir doch nicht meinen Pfeil weg. Ähm, was wir jetzt hier haben wollen, ist, wir wollen beim Signieren, Achtung, wir können nur unsere eigenen Nachrichten signieren und jeder soll sie verifizieren können. Das heißt, wir signieren unsere Nachrichten als Versender und alle können überprüfen, ob die Nachricht auch wirklich von uns ist. Also packen wir hier den Secret Key rein beim Signieren und die Nachricht logischerweise, weil die Nachricht wollen wir signiert haben und wir übersenden dann aber beides, also sowohl Nachricht als auch die Signatur Sigma, übersenden wir beides an den Empfänger. Und beim Überprüfen und logischerweise den Public Key, den haben eh alle, aber beim Überprüfen brauchen wir den Public Key, wir brauchen die Nachricht und wir brauchen die Signatur. So, und das ist jetzt tatsächlich das, was wir hier brauchen für eine digitale Signatur. Wir generieren uns Public Key und Secret Key, den Public Key bekommen alle, den Secret Key, den bekommen nur wir, wieder mal, wie immer. Beim Signieren sagen wir, okay, die Nachricht wird signiert, also sozusagen unterschrieben von uns, wobei eine digitale Signatur deutlich schwerer zu fälschen ist, als eine Unterschrift, die ihr zum Beispiel auf dem Papier leistet, da dürft ihr mir glauben. Und beim Verifizieren brauchen wir den Public Key, den eh alle haben, die Nachricht M, wobei es sich, wie gesagt, meistens um Schiffrat handelt, und die Signatur und es kommt wahr oder falsch raus, also die Signatur ist gültig oder nicht. Das ist das Grundkonzept von digitalen Signaturen. Und ja, darauf werden wir jetzt aufbauen und immer mal wieder versuchen, das zu brechen. Dadurch kriegen wir dann Beweis, dass es nicht brechbar ist oder dass wir was anderes machen würden, wie wir es schon bisher immer gemacht haben. Wir werden hier relativ formal vorgehen, das mag ich an digitalen Signaturen, da kann man so super formal sein. Und deswegen werden wir uns als nächstes mal genau noch ein paar Angreifermodelle genauer anschauen. Gut, ihr bräuchtet vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen, aber so Sachen wie EUF-CMA-Sicherheit werde ich nochmal wiederholen, vor allem da wir es häufig auch mit EUF-NA-CMA-Sicherheit zu tun haben. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Videos und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!